Also herzlich willkommen zu Taiju Part 3. Wir haben also schon zwei Sessions A circa zwei Stunden bisher gespielt. Ihr habt also schon ein bisschen was verpasst leider. Aber ehrlich gesagt sind wir noch gar nicht so weit gekommen. Glaube ich zumindest. So sieht das Spiel auf jeden Fall aus. Ihr hört schon den sehr entspannenden Soundtrack im Hintergrund, der hilft beim Rätseln. Und das letzte Mal sind wir in einem Gebiet stehen geblieben. Mit folgender Rätselart. Beziehungsweise vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück oder ein paar Schritte zurück, damit ich euch vielleicht kurz erklären kann, worum es in diesen Rätseln hier geht. Jetzt ist nur die Frage, wie weit gehe ich am besten mit euch zurück? Am besten gehen wir ganz zurück. Komm ich überhaupt noch zurück? Ne. Ich muss hier den Shortcut nehmen. Ich hatte da auch eine Sprint-Taste. Gehen wir mal zurück auf Anfang. Dann kann ich euch ein bisschen besser erklären, wie das Rätsel funktioniert. Also hier seht ihr das Rätsel. Auf dieser Tafel hier über uns. Ihr seht auf der Tafel, ähm, muss ich gerade dann selber nochmal gucken, wie man dieses Spiel hier steuert. So, so sieht das normalerweise aus. Und wir haben hier vier Kästchen. Und in diesem einen Kästchen sind zwei schwarze Punkte drin. Und das bedeutet, dass dieses Kästchen hier mit einem weiteren Kästchen, also zwei insgesamt, verbunden sein möchte, aber sich von anderen abtrennen will. Da gibt es jetzt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wir könnten jetzt zum Beispiel die zwei hier markieren und beide quasi aktivieren. Dann wäre das Rätsel gelöst. Wir könnten aber auch, theoretisch habe ich zwar noch nicht probiert, aber machen wir jetzt einfach mal on the fly. Wir könnten auch die zwei hier aktivieren. Weil dann sind die beiden ja nicht aktiviert. Geht dann auch. Das ist so das Grundprinzip des Rätsels. Das haben wir dann hier auch ganz viel gemacht. Nur, dass ihr euch das hier alles ein bisschen invertiert vorstellen müsst. Hier haben wir halt die ganzen anderen Felder aktiviert und hier immer so Zweiergruppen gemacht. Und hier an der Stelle haben wir dann auch gelernt, dass man die auch zusammenrechnen kann. Das heißt, wenn mehrere von diesen gleichfarbigen Punkten in einem Ding sind, kann man jetzt zum Beispiel auch aus 2 und 2 mal dann auch so einen schwarzen Viererblock machen. Ich hoffe, es ist einigermaßen für euch nachvollziehbar, wenn ihr jetzt dazugekommen seid. Dann haben wir hier noch Rätsel gehabt. Auch wieder mit Punkten, allerdings dann in unterschiedlichen Farben. Das heißt, der zyranfarbene Punkt möchte nur mit anderen zyranfarbigen zusammen in einem Feld sein. Und der gelbe mit den gelben. Und hier sind dann zum Beispiel drei gelbe und ein zyranfarbige. Die müssen aktiviert werden und so weiter und so fort. So weit, so gut. Das wird dann natürlich immer komplizierter hier und immer schwerere Rätsel mit immer größeren Flächen und mehr Farben und so. Und jetzt sind wir relativ frisch in einem Bereich drin, wo noch eine weitere Mechanik hinzugekommen ist. Und die bedeutet im Prinzip Subtraktion. Kann ich das ja nochmal resetten? Einfach so, ja. Die mit Strichlinien versehenen Felder bedeuten, dass ich die nicht aktivieren kann. Also da kann ich nichts dran ändern. Der hier wird immer ein aktiviertes Feld bleiben und der hier wird immer ein nicht aktiviertes Feld bleiben. Da kann ich nichts dran machen. Ich kann nur die anderen Felder, die nicht gestrichelt sind, beeinflussen. Und dieses Symbol jetzt hier, quasi so eine Aussparung oder so ein negatives, also nicht die Kästchen hier oder die Punkte, sondern dann so Kreise hier, bedeuten im Prinzip Subtraktion. Wir können dann im Prinzip hier von dem 6er Block zwei abziehen. Dann ist es nur noch ein 4er Block, so zum Beispiel. Jetzt sind es hier vier markierte. Das hier, jetzt habe ich aber, jetzt weiß ich die Lösung, jetzt habe ich mir die Lösung gar nicht gemerkt von dem Rätsel. War das nicht das, wo ich super lange gehangen habe? Ich glaube ja. Ich weiß die Lösung gerade selber nicht mehr. War das irgendwie so ein Ding? Nee, das müssen ja schon vier sein eigentlich. Achso war das, glaube ich. Nee, kann auch nicht sein. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe die Lösung vergessen. Aber vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn ich es selber auch nochmal wiederhole. Kann scheinbar nicht schaden. So, aber wir haben ja eigentlich vier. Wenn ich das jetzt mache, dann leuchtet das rot. Das wollen die nicht. Da musste ich das so machen. Nee, es sind zu viele. Das mag der dann auch nicht mehr. Oh nein. Das ist wirklich, das jetzt gerade wirklich nachsetzen. Hallöchen noch Tom. Hallo, hallo. Hast du schon Witness weitergespielt? Wir spielen hier ja gerade das Pixel, The Witness. Warum kriege ich denn jetzt die Lösung hier nicht mehr hin? Vorher mal merken sollen. Achso, was. Nee. Nee, das kann doch nicht sein. Dann sind doch hier zu wenig. Ich check's nicht mehr. Ja, dann mach das mal jetzt nebenbei. Hatte ich hier noch ein anderes Rätsel? Nee. Das ist schon das erste Rätsel eigentlich aus dieser Sektion hier. Aber ich check's nicht. Warum bin ich denn gerade so blöd für dieses Rätsel? Oh Mann ey, da saßen wir letzte, letzte Folge saßen wir schon so lange hier an diesem Rätsel, also unnötig lange an diesem Rätsel. Und jetzt sitze ich hier wieder genauso lange an diesem Rätsel oder was? Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Ja, mit dem VOD ist nicht so gut eigentlich. Ah, so war's, ne? Ja, okay, jetzt hab ich's. Nee, ich guck da nicht ins Wort. Das muss ich schon so hinkriegen. Das bringt ja nix, wenn ich abschreibe. Das ist wie in der Schule. Abschreiben allein bringt nix. Warum ich das nochmal machen muss? Weil ich so doof war, euch erklären zu wollen, wie die Mechanik funktioniert. Und dann konnte ich sie euch nicht mehr zeigen. So, aber das ist jetzt die Lösung. Wir haben aus dem 6er Block, weil wir zwei abziehen durften, durch das Feld hier ein 4er Block gemacht. Jetzt sind also hier vier weiß markiert. Die wollen zusammen weiß sein. Der hier will nicht aktiv sein, aber insgesamt vier haben. Deswegen müssen wir hier so eine Schlange-Linie machen. Und dann haben wir hier oben in der Ecke noch einen weiß gemacht. Einfach nur um, damit er nicht zu dieser Kette hier dazu gehört. Jetzt gehen wir zu den Rätseln, wo wir stehen geblieben sind. Hier haben wir also auch wieder so ein Rätsel, allerdings jetzt mit verschiedenen Farben. Das heißt, der hier will eigentlich markiert sein. Die beiden allerdings nicht. Die gelben können wir jetzt theoretisch zusammenzählen, ergibt aber nicht wirklich Sinn. Aber falls ihr Fragen habt, dann gerne in den Chat reinhauen. Dann versuche ich das irgendwie bestmöglich, euch zu erklären, was hier passiert. So, ich markiere die jetzt mal so rum. Was ist denn was aus, wenn die da mit drin sind? So, jetzt sind die ja noch zusammen hier. Shit. Also alles, das hier oben stimmt auf jeden Fall, das funktioniert so nicht. Der muss irgendwem irgendwas abziehen. Oder müssen die doch irgendwie so markiert werden? Oh. Okay. Wir rechnen quasi zwei. Also hier die zwei, minus zwei, das sind null. Und daher können wir einfach alles weiß machen, was hier nicht mit in den gelben Feldern ist. Okay. I see. Ist das nicht so schon fertig? Nee. Achso, die wollen ja unterschiedliche Sachen. Aber wenn das hier zusammen null ist. Alles gleich null. Okay. Okay, okay. So. Oh, muss ich die alle markieren? Ah ja. Okay. Vielleicht sieht manches auch einfach wie Glück aus. So, wie viele haben wir denn jetzt hier? Vier. Acht. Drei. Sechs. Sieben. Acht. Also auch wieder alle markiert. Nee. So. War zu wenig. das ist das irgendwie so ein ding wahrscheinlich wieder so ein abwechselndes muster ja okay so haben wir jetzt die linie aktiviert die linie führt hier oben zu diesem display okay das machen wir gleich bei dem rätsel hier ist mir übrigens auch wieder eingefallen was das eigentlich das funktionieren müsste das war ja dieses pärchen dingen glaube ich ist aber eine andere spielmechanik falls ihr euch gerade fragt was das jetzt bedeutet das ist hat also diese spielmechanik diese rätselmechanik hier hat nichts mit dem zu tun was wir jetzt gerade gemacht haben die frage ob wir das jetzt mal eben schnell lösen wollen wo wir gerade hier sind also wenn ich mich jetzt richtig erinnere das haben wir in der ersten folge schon mal gemacht und das ist auch ein rätsel was man so in der form ein bisschen aus der witness kennt dieses rätsel müsste bedeuten dass die immer in pärchen zusammen sein wollen also immer zwei gelbe und zwei violette wollen zusammen sein aber nicht mehr immer nur maximal zwei mir auch nicht mehr so ganz sicher ob die sich berühren müssen oder nicht aber kann ja eigentlich nicht wenn die hier schon so diagonal sind können können die sich ja eigentlich nicht berühren was aber erlaubt ist wäre zum beispiel hier zwei gelbe und zwei violette ist für die in ordnung die wollen nur halt nicht mehr als zwei von ihrer eigenen farbe haben aber das würde müsste doch dann eigentlich schon fast reichen oder nee das war jetzt einer zu viel sind eigentlich schon hier abgrenzen aber das geht nicht das geht auch nicht eigentlich auch wieder sowas mal aber dann ist der rest hier in der mitte falsch nee wir müssen das schon irgendwie in der mitte machen wir werden hier gar keine fehler angezeigt das kann ja eigentlich nicht sein dann ist ja das hier alles in der mitte zusammen das könnte passen yes na toll ein fahrstuhl mit noch mehr rätseln was muss ich denn jetzt machen ist das hier so ein lauf rätsel aber das sind doch einfach alle ah ok dass hier ist jetzt vom rätsel typ wieder so wie die rätsel die ich euch gerade erklärt habe nur mit dem unterschied dass wir jetzt nicht frei die felder einfach anklicken können sondern wir müssen die in einer linie laufen das heißt wenn ich jetzt hier bei dem feld anfangen muss ich dann das feld daneben gehen und so weiter und so fort aber wie soll das denn funktionieren check ich nicht wie geht es dir mary hab ich dich schon mal gefragt ob du the witness gespielt hast ey wie soll das denn wie soll das denn gehen ach nee warte mal ich muss ja gar nicht alle markieren ach ich bin so blöd das reicht doch schon oh shit der fährt ja nach unten ohje ne ich glaube das möchte ich vielleicht doch nicht kann ich jetzt wieder hoch fahren ah mit legume zusammen sogar habt ihr wie äh also habt ihr getrennt gespielt oder habt ihr zusammen auf der couch irgendwie couchkorb oder beide an beides spiel offen und gleichzeitig parallel gespielt oder wie das ist natürlich auch gut mit doppelter brainpower kann ich jetzt nicht mehr hoch fahren oder muss ich dafür eine andere lösung des rätsels hinbekommen aber mir fällt keine andere lösung ein shit muss ich dann hier doch erstmal jetzt diese dinger hier machen damit die türen wieder aufgehen oh man wo hab ich mich denn jetzt hier rein manövriert ist der ton eigentlich zu laut ein ticken okay wir müssen zwei miteinander verbinden der hier muss wahrscheinlich alleine sein das heißt der muss eigentlich schon so verbunden werden kann ich das nicht einfach so machen nee quatsch das ist zu viel das heißt der muss auch so ok mhm mhm möchten wir eigentlich noch ein 8es feld außer wir nehmen die zwei noch weg und holen die zwei dafür rein das hier auch noch ach shit können wir die auch noch markieren so aber ich glaube echt das ist so ein bisschen der vorteil von taiji oder taiji ähm dass man sich die rätsel ein bisschen besser so stück für stück erschließen kann das geht bei the witness nicht so gut weil man da halt immer von anfang bis ende die linie ziehen muss in einem in einem stück sozusagen eigentlich ja relativ ähnlich zu diesen rätseln hier hier muss man ja im prinzip auch eine linie ziehen indem man indem man seine bewegung hier ähm am stück durchführt ach und jetzt naja ja 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 viele sind mit insgesamt 37 14 4 8 12 16 14, das heißt vier Felder sind nicht Nee, zwei Felder, zwei Felder darf ich nicht markieren Oder wie jetzt 3, 6, 7, 7 mal 2 sind 14 Und wir haben 16, okay, dann sind zwei Felder Anders habe ich, oder 7, 7 Kriegen wir das mit 7, 7 besser hin? Oder ist das schon? Nee, so viele Felder Okay Ei, 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 ei Falls ihr mir besser folgen wollt Dann sagt es gerne im Chat Bescheid, dann erkläre ich euch das Rätsel auch Aber erst mal hallo an Domi und deine Raider, hallo, willkommen Schön, dass ihr da seid Ja, macht es euch gerne gemütlich Wir spielen heute Taiji oder Taiji Das sieht so aus Und Ähm, das ist Falls ihr The Witness mal gespielt habt Oder gesehen habt Das Spiel orientiert sich sehr stark an The Witness Das ist ein Rätselspiel Wir sind auf einer Insel Und da sind ganz viele komische Sachen Und ganz viele Puzzle Die wir lösen müssen Können Und da sind wir gerade mittendrin Das ist jetzt meine dritte Session mit dem Spiel Also ich spiele immer ungefähr so 2 Stunden pro Stream Das heißt, wir sind jetzt so irgendwie zwischen 4 und 6 Stunden irgendwo in dem Spiel Ja, also am besten ist es, wie gesagt Wenn ihr schon mal The Witness gespielt oder gesehen habt Dann wisst ihr eigentlich sofort, worum es hier geht Ansonsten Ja, Puzzle Man kann sich frei auf der Insel bewegen Wo man hin möchte Und trifft dann auf ganz viele Rätsel Und entweder man weiß, was zu tun ist oder nicht Und dann Ja, sucht man sich ein Gebiet, wo man vorwärts kommt Versucht ein bisschen was zu lernen Und wenn es nicht weiter geht Dann sucht man sich einen neuen Ort Und macht da erstmal weiter Ich kann auch gerne versuchen Euch ein bisschen die Rätsel zu erklären Es wird aber gerade schwierig Weil ich hier gerade in so einem Bereich Stuck bin, wo ich nicht zurück kann Das heißt, ich kann gerade nicht Zu einem Etwas leichteren Rätsel zurückkehren Wo ich es euch besser erklären kann Was wir hier machen Aber ich kann es euch versuchen An dieser Plattform hier zu erklären Also grundlegend funktioniert das so Dass wir hier verschiedene Kästchen haben Und ich kann jedes Kästchen aktivieren Und Also anwählen und abwählen Sozusagen Es ist dann halt entweder so leuchtend Oder nicht leuchtend Das kann ich für jede Platte machen Und die ganzen Symbole Die hier drauf zu sehen sind Die bedeuten halt unterschiedliche Rätselmechaniken Da haben wir einmal halt hier diese etwas größeren Karos In verschiedenen Farben Die bedeuten Die bedeuten Dass dieses blaue Karo Möchte mit einem anderen Blauen Karo Zusammen Markiert sein Also verbunden sein Wie zum Beispiel so hier Es möchte aber auf gar keinen Fall Weitere blaue Karos drin haben Das blaue Karo ist aber okay damit Wenn noch pinke Karos mit drin sind Das würde zum Beispiel gehen Also wenn man jetzt nur diese Felder hier betrachtet Die ich markiert habe Das ist schon mal die Mechanik Für diese Karo Plättchen in verschiedenen Farben Die wollen immer in Pärchen zusammen Markiert sein Aber halt nie mehr als zwei Andere Farben sind aber okay Und dann haben wir noch Diese Pünktchen hier Wo wir jetzt jeweils so Dreier Pünktchen haben Da haben wir einmal welche mit in Weiß Und welche in Gelb Hier auch wieder gleiches System Gelbe Also hier Beziehungsweise hier ist eigentlich ein anderes System Die Gelben wollen zusammen mit anderen Gelben sein Aber auf gar keinen Fall mit den Weißen Und das bedeutet im Prinzip Wie viele Kästchen markiert sein müssen Wie zum Beispiel so Jetzt werden halt drei Kästchen hier markiert Dann wäre der jetzt zufrieden Für seinen Teil Bei den Gelben Könnte man jetzt halt Sowas machen Dass man irgendwie hier drei markiert Und man markiert hier drei Das wäre dann theoretisch auch okay Man kann die aber auch kombinieren Wenn man die dann zu einer Schlange Quasi zusammenfügt Dann addiert Kann man die zusammen addieren Dann müsste es halt eine Sechserreihe sein Ich hoffe das war so einigermaßen verständlich für euch Was die Mechaniken angeht Die wir hier gerade sehen können Und ja ich versuche jetzt mal das Rätsel irgendwie Zu lösen Was auf jeden Fall schon mal klar ist Weil die beiden hier direkt nebeneinander stehen Ist dass Die miteinander verbunden sein wollen Jetzt ist nur die Frage Wen holen wir damit ins Boot Wahrscheinlich die hier Dann wäre der hier zufrieden Weil er mit zwei weiteren Kästchen verbunden ist Also es sind insgesamt drei Kästchen hier markiert Die zwei Pinken werden auch An sich erstmal zufrieden Weil keine anderen Pinken mit drin sind Jetzt müssen wir uns nur noch um den Rest kümmern Was wir noch machen könnten Ist hier einen markieren Um hier quasi so einen Trennblock rein zu hauen Dann sind nämlich die auch schon mal zufrieden Die sind dann einfach zu zweit hier verbunden Und haben keinen anderen mit drin So und jetzt müssen wir uns nur noch das hier angucken Das sind jetzt sieben Kästchen Wir brauchen aber eigentlich nur sechs Kästchen Das ist ein Problem Können wir auch Wenn wir die hier markieren Achso dann können wir das so machen Shit dann müsste aber der so sein Ei, 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 ei Ne, das geht so nicht Wollen wir das nochmal rückgängig eben Warte mal, das sind vier Ne, das passt ja auch nicht Doch Vielleicht muss es doch irgendwie so rum sein Dass die hier markiert sind zu sechs Das wären jetzt sechs markierte mit blau und pink Dann müssten wir nur noch hier abgrenzen Und dann sollten eigentlich alle Zufrieden sein Hat irgendjemand im Chat mitgerätseln Und möchte das vielleicht noch erklärt bekommen Warum das hier vermutlich die Lösung ist Oder könnt ihr dem soweit folgen Also ihr könnt gerne Bescheid sagen Wenn ihr irgendwie miträtseln wollt Oder zumindest verstehen wollt Was hier passiert Und dann vielleicht gleich miträtseln wollt In der nächsten Kachel Dann dürft ihr das gerne machen Also es dürfen alle Ach du Scheiße Es dürfen alle miträtseln Die das Spiel noch nicht gespielt haben Ja, schön, dass ihr alle da seid Hallo Wir hatten gerade eben schon ein Raid von Domi Kabe Deswegen hatten wir schon eine kurze Pause Und dann habe ich allen erklärt Wie dieses Spiel hier funktioniert Was wir gerade spielen Und jetzt seid ihr da Und jetzt muss ich euch da auch nochmal erklären Wie das Spiel funktioniert wahrscheinlich Also wir spielen heute Taiji Oder Tai Chi Und Ich weiß leider nicht genau Wie man es ausspricht Und Ciao Illignum Und Falls ihr The Witness mal gespielt Oder gesehen habt Dann Wisst ihr auch ungefähr Worum es hier in dem Spiel geht Weil das Spiel orientiert sich sehr stark da dran Oder ist davon sehr inspiriert Falls ihr The Witness noch nie gesehen Oder gespielt habt Das ist hier Also Tai Chi Oder The Witness Ein Rätselspiel Da wird man in eine offene Welt Quasi reingeschmissen Und wird mit ganz vielen Komischen Rätseltafeln Vollgeschmissen Und In der Regel werden die einem Erklärt langsam Und dann werden die immer schwerer Und schwerer Und werden miteinander verbunden Und komplizierter Und Ja Ganz schlimm Wir befinden uns hier gerade In einem Bereich Wo ich fest Hänge Weil ich hier nicht mehr raus kann Wenn ich nicht diese Rätsel löse Deswegen kann ich euch auch leider Gerade keine einfacheren Rätsel zeigen Aber falls ihr Puzzle Games mögt Auf jeden Fall ganz klare Empfehlung Für The Witness Und wir versuchen jetzt gerade Wir sind jetzt in der dritten Session Von Tai Chi Ähm Wir versuchen rauszufinden Ob sich dieses Spiel hier auch Dann lohnt Aber bis jetzt finde ich es ganz gut Sonst hätte ich es auch ehrlich gesagt Nicht weitergespielt So und jetzt wollte ich theoretisch Den Leuten im Chat noch erklären Warum das hier die Lösung ist Vielleicht muss Domi nochmal seine Frage Wiederholen Ich glaube Domi wollte noch wissen Warum dieses Kästchen hier markiert ist Für dieses Rätsel hier ist wichtig zu wissen Dass die diagonal sozusagen abgrenzen Also das hier verbindet sich dann nicht Dieses Kästchen hier ist nicht verbunden mit dem Kästchen Nur direkt anliegende Kästchen sind miteinander verbunden Wie die jetzt hier Die hier sind verbunden Die sechs Stück Die hier sind nicht verbunden Die zwei Und dieses Kästchen hier habe ich jetzt quasi gesetzt Das ist noch wichtig das Kästchen Weil Der hier möchte ja Und erstmal Ciaoi Nelvaria Danke fürs reingucken Und dir auch einen schönen Arm noch Äh wenn es nicht angeklickt ist Wäre es schlimm Weil dieser hier Möchte nur Ähm Mit drei weiteren Kästchen Verbunden sein Und wenn wir hier das Kästchen hier setzen Dann ist das hier eine Fünferreihe Deswegen müssen wir hier noch einsetzen Um hier quasi abzugrenzen So ein bisschen wie Käsekästchen Dadurch haben wir den jetzt hier abgegrenzt Das ist jetzt eine Dreiergruppe Den hier ist es egal wie viele Kästchen es sind Hauptsache es sind nur die zwei blauen da drin Und hier ist halt auch wichtig gewesen Dass es eine Sechsergruppe ist So Und hallo Foxy auch Kurz im Lurk und schon im Rätselspiel hier drin So ich drücke jetzt mal auf Ready Genau Wir sehen auch Wir haben es richtig gemacht Rätsel ist gelöst Weiter zum nächsten Rätsel So Okay das ist merkwürdig Genau hier muss mit Mitgedacht werden Hier gibt es wahrscheinlich keine Erschrecker Aber hier muss mitgedacht werden Alles Ist alles klausurrelevant So die Sechser-Symbole Sind jetzt im Prinzip exakt das gleiche Wie hier die Dreier-Symbole Nur dass es sechs sind Das heißt Hier müssen wir auch wieder was markieren Was insgesamt Sechs Blöcke beinhaltet So jetzt zum Beispiel Dann würde sich der Dann wäre der jetzt zufrieden Aber ich glaube Dieses Rätsel möchte uns eine Sache beibringen Nämlich Dass diese Symbole hier Wo ich euch ja gerade eben noch erklärt habe Dass die immer mit Mit einem Symbol ihrer Farbe Zusammen sein möchten Wie hier Da ist ein Blauer und da ist ein Blauer Die wollen zusammen in einem Feld sein Das bezieht sich scheinbar nicht nur Auf die Karo-Plättchen Er zählt schon mal mit Sehr gut Alles klausurrelevant Was hier passiert So ich glaube Das Rätsel will uns jetzt nämlich verklickern Dass das hier auch korrekt ist Dass der Blaue Mit einem blauen Mit einem anderen blauen Symbol Auch wenn es kein Karo-Symbol ist Trotzdem damit fein ist Mit dem In einem Dingen sein zu wollen Das gleiche bei den Gelben Und damit wir hier wieder abgrenzen können Müssten wir jetzt hier noch zwei setzen Dadurch ist das hier auch ein Sechser Und dann sollte das eigentlich passen Ich überlasse das Denken mal den anderen Nicht mal eine Uhrzeit Das ist gar kein Problem Foxy Falls morgens eher was für dich ist Am Samstag um 8 Von 8 bis 10 Uhr morgens Und Sonntag 8 bis 10 Uhr morgens Geht es hier weiter mit Taiji Falls das eher deine Uhrzeit ist Dann bist du herzlich eingeladen So was sagt Nistavi als umgekehrtes C Das könnte natürlich auch sein In dem Spiel sind auch mehrere Lösungen möglich Aber das würde jetzt glaube ich nicht gehen Weil Weil das hier Die gehören jetzt auch noch zum Feld mit dazu Das heißt Das wären insgesamt 8 Diese Lösung wäre jetzt In dem Fall Nicht Nicht gültig Müsste aber das hier Müsste stimmen Ja Samstag morgens stehe ich leider so früh auf Ja weil ich nicht länger schlafen kann Genau Donnerstags immer von Von 8 bis 10 abends Und am Wochenende von 8 bis 10 morgens Ab 6 Uhr spätestens Wach wir kleine Lässt dich nicht länger schlafen Ja dann perfekt Dann weißt du ja wo du vielleicht Wenn du dran denkst Am Wochenende einschalten kannst Dann wird hier weiter gerätselt Aber wir Wir befinden uns jetzt hier gerade In einem Vielen Dank für den Follow Wir befinden uns hier gerade In einem Gebiet Wo wir schon ein bisschen weiter Fortgeschritten sind Es gibt hier auch eigentlich Eine Karte in dem Spiel Ich weiß aber gar nicht Ob ich die Ne die kann ich glaube ich Nicht im Spiel aufrufen Dafür müsste ich jetzt An so ein An so ein komisches Kartengerät gehen Dann könnte ich euch Die Map zeigen Es ist halt so dass Wir befinden uns hier Auf einer relativ großen Karte Quadratisch natürlich Da gibt es verschiedene Bereiche Mit verschiedenen Rätselarten Und in der Regel Gibt es für jedes Rätsel Eigentlich immer so Eine Art kleines Tutorial Wo die Rätsel ganz simpel anfangen Und dann werden die immer Schwerer und schwerer Und wir sind halt hier In einem Bereich Von einer Rätselmechanik Die schon ein bisschen Weiter fortgeschritten sind Warum dürfen wir jetzt Nur acht angeklickt sein Also eigentlich Ist mir nur wichtig hier Dass ich hier jetzt Sechs markiert habe Damit ich den hier Glücklich mache Und der blaue hier Ist halt glücklich Wenn das andere Blaue Symbol mit drin ist Das gleiche will ich jetzt Im Prinzip auch hier machen Allerdings invertiert Weil ich darf ja Die beiden hier nicht Zusammen in ein Ding machen Weil dann wären es ja zwölf Und die wollen ja auch nicht Zusammen sein Ähm Ups Das heißt du musst dir halt Hier jetzt die Eigentlich das gleiche Was wir hier gemacht haben Machen wir jetzt auch Auf der Seite Nur invertiert Und damit halt Diese zwei Felder Und diese zwei Felder Nicht noch mit dazu gehören Grenzen wir das hier ab Dadurch gehört das Feld Die zwei Felder Gehören jetzt nicht hierzu Aber wenn ich jetzt So machen würde Dann Dann wäre das hier Wieder ein Was wäre das Ein Zehner Block Das wäre falsch Deswegen machen wir die Hier wieder weg Dann ist das hier Ein Sechser Dann sind zwei hier Die Nix Keim im Prinzip Zugewiesen sind Die beiden sind Niemandem zugewiesen Und das hier sind Auch nochmal sechs So Hat das jetzt Anni Ich hab's noch nicht aktiviert So jetzt Okay Also hier haben wir Einen Weißen Sechser Die beiden wollen noch Bestimmt zusammen In einem Feld sein Ich kann Theoretisch kann ich Alle anklicken Ich kann alle anklicken Ich kann gar keinen Anklicken Kann theoretisch Auch alle anklicken Aber dann Dann meckert er halt Dass hier Ganz viele Sachen Falsch sind Aber was ich Anklicke Ist mir überlassen Ja So Das hier gehört Auf jeden Fall zusammen Weil das ist ein Dreier So Und dann gehört Wahrscheinlich Das hier zusammen Und dann ist das Ein Sechser Das ist doch Eigentlich schon Die Lösung Guten Abend Terael Hallo Wie geht's dir Welches meinst du jetzt Mistavi Man hätte ja auch dann Die gelben verbinden Was die links daneben Dann wäre die anklickte Reihe auch eine Reihe Meinst du jetzt noch Das erste Rätsel Hier von der Reihe Oder jetzt das zweite Rätsel Wahrscheinlich das erste Können das ja mal Kurz machen Was du meinst Man hätte ja auch Dann die gelben Verbinden So Meinst du das Oder meinst du so Ah ja So meinst du Das ist auch eine korrekte Lösung Ja exakt Stimmt das geht Das meintest du von Mit umgedrehtes C Dann hab ich nur deine Anweisung für ihn Falsch verstanden Ne dann ist das auch korrekt Also sowohl in The Witness Als auch hier in dem Spiel Ähm Man kann das schon am ehesten Eigentlich mit mathematischen Formeln vergleichen Es gibt halt Also es gibt halt hier Gewisse Regeln Jetzt in dem Spiel Und Mehrere Also nicht immer Aber in der Regel Gibt es dann auch Mehrere Lösungsmöglichkeiten Und wichtig ist halt nur Dass die Die Gleichung Korrekt Gelöst wird Falls das Sinn ergibt Wie man das theoretisch Macht ist dann eigentlich Egal Hauptsache Es werden keine Regeln gebrochen So Was haben wir hier Hier haben wir jetzt Ein Achso Ein gelben Vierer So Zwei Vier Okay Das heißt Die dürfen mit dem Nicht zusammen sein Erzähl das mal Dem Mathelehrer So Vierer Ich meine Wahrscheinlich müssen wir hier Irgendwie sowas in der Art Machen oder Das check ich gerade noch nicht Also wir haben Also wir haben halt Vier Weiße Symbole Eigentlich fünf Wenn wir den hier noch Dazu zählen Aber da wir vier von diesen Karos haben Müssen wir auf jeden Fall Die Die Karos miteinander Verbinden Würde ich sagen Also wir müssen auf jeden Fall Irgendwie gucken Dass die hier miteinander Verbunden Achso das ist ja Das ist ja schon die Lösung Hoppla Upsi Außersehen die Lösung gefunden Aktuell verstehe ich nur Bahnhof Ja das ist auch echt schwer Bei dem Spiel Also ich müsste halt Wahrscheinlich alle fünf Minuten Die Regeln erklären Wenn jemand neu dazu kommt Dann würdet ihr das bestimmt Auch checken Aber klar Jetzt mit der Uhrzeit Und dadurch dass ihr jetzt Mit diesen Rätselmechaniken Nicht vertraut seid Ist das schon schwer Also Müsst ihr euch nicht grämen Wenn ihr Die Lösung Nicht auf Anhieb hinbekommt So jetzt haben wir hier Eigentlich sowas ähnliches Nur mit fünf Statt mit vier Eine Mechanik Die ich den neuen hier Noch nicht erklärt habe Ist Die gestrichelte Linie Ich kann halt immer nur Die Plättchen aktivieren Und deaktivieren Die eine Durchgezogene Linie haben Und die gestrichelte Linie Die gestrichelte Linie Bedeutet Da kann ich nichts machen Das heißt Dieses Rätsel Gibt uns vor Dass dieser hier oben Auf jeden Fall Weiß markiert ist Und dieser hier unten Auf jeden Fall Nicht markiert ist Jetzt ist Jetzt ist nur noch die Frage Wie wir die miteinander Verbinden Könnten jetzt hier So eine Geschichte machen Dann wäre das auf jeden Fall Ah ne das geht gar nicht Ne die dürfen gar nicht Verbunden sein Dadurch dass die Symbole Alle gelb sind Würden die dann meckern Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Einfach mal auf ready drücken Dann meckern die hier Die zwei Weil die mit einem dritten Gelben Symbol Verbunden sind Alles klar Ich mach das Dann bis gleich mit Snacks Wir machen auf jeden Fall Noch ein bisschen Über ein Stündchen Bis um 10 Und wie gesagt Für alle die da sind Und neu hier sind Ich streame immer Donnerstagabends Von 8 bis 10 Und Samstag Sonntag Früh Von 8 bis 10 Falls ihr Frühaufsteher seid Und das hier ist gerade Unser aktuelles Spiel Was ich schon vorhabe Eigentlich durchzuspielen Falls ihr mehr davon sehen wollt Ansonsten bin ich aber Variety Streamer Das heißt ich spiele Alles mögliche Außer Horror Das müsst ihr bei Ahnen gucken Okay also Nochmal Kommando zurück Wir dürfen die gar nicht Mit den Weißen verbinden Das heißt wir haben ja Eigentlich nur die Möglichkeit Sowas hier zu machen Aber das geht auch nicht ganz Wir müssen hier irgendwie abgrenzen Wir müssen hier sowas Irgendwie machen Ne aber der muss ja Damit markiert sein Ist doch irgendwie Ne darf ich Mann ey Wie soll ich das denn machen Also wenn der jetzt markiert ist So der wäre jetzt zufrieden damit Der hier wäre nicht zufrieden Da müssten wir theoretisch Noch hier welche markieren Aber sobald ich hier welche markiere Gehören die zudem dazu Das geht also nicht Irgendwie sehe ich es gerade nicht Oder verarscht er mich Zwei Vier Sind ja theoretisch sechs Symbole Wir können ja auch sowas machen eigentlich Ne aber der muss markiert sein Ne aber der muss markiert sein Hier haben wir drei Vier fünf Hier bei denen haben wir auch Eins zwei drei vier fünf Es sind jeweils ein gelbes Symbol Mit einem anderen gelben Symbol drin Und die hier sind auch zufrieden Die sind abgegrenzt mit dem anderen Ei 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 So letztes Rätsel hier Oder zumindest von dieser Von dieser Reihe an Rätseln So wir haben Wie bien ist Tavi Wir haben zwei blaue Symbole Also die müssen auf jeden Fall Kombiniert werden Das heißt ja dann eigentlich Dass das schon mal Mehr oder weniger gesetzt ist Entweder aktiv oder inaktiv So das gleiche haben wir da Das ist doch eigentlich schon oder Ne Oh shit Na ne jetzt sind die hier verbunden Das war Quatsch Aber wenn wir es so rum machen Ne geht auch nicht Achso wir können ja auch Ne können wir nicht Ähm Aber theoretisch ist das doch Ne warte mal Wir können die doch einfach verbinden Nein Warum nicht Das sind doch acht oder nicht Bin ich doof Ach ne Ne die blauen wollen mit Hier diese wollen ja nichts Ach shit Die hier sind fein miteinander Hier haben diese Karo Plättchen haben kein Problem damit Wenn andere Farben mit in ihrem In ihrem Geschlängel mit drin sind Aber die Punkte Dinge haben ein Problem damit Mann ey Diese blöden Punkte immer Aber wie soll ich das denn machen Also der Weiße Der Weiße will mit einem Weißen Symbol Also das Weiße Symbol hier will mit einem anderen Weißen Symbol kombiniert sein Deswegen müssen wir die auf jeden Fall verbinden Und da wir nur vier Kästchen zur Verfügung haben Was wir natürlich noch machen können wird das hier Das würde auch gehen Das ist es glaube ich auch Ne so Okay Hui Okay hier ist zu So wir können jetzt aber endlich wieder zurück Wir haben jetzt die Tür geöffnet Jetzt können wir endlich wieder hoch Kann ich hiermit jetzt den Fasche wieder rufen So weil eigentlich wollte ich hier noch gar nicht runter Theoretisch Zumindest Eigentlich wollte ich hier hin Oh hier ist übrigens noch eine Karte Dann kann ich euch mal die Karte zeigen So hier seht ihr jetzt die Karte Zumindest das was wir bisher davon aufgedeckt haben Hier unten sind wir gestartet Und dann habe ich mich hier ein bisschen in diesem Schloss umgeguckt Aber das Schloss war mir dann ein bisschen zu schwierig Hier ist im Prinzip so ein bisschen der Hub Hier läuft alles zusammen in der Mitte Wir sind jetzt gerade hier Wo dieses Kästchen markiert ist Okay dann bedeutet wahrscheinlich dieses Kästchen Daneben bedeutet immer wo so ein Karten Wo eine Karte steht Hier sind noch irgendwelche komischen Rätsel Die ich noch nicht verstehe Die haben wir noch nicht gemacht Und wir sind jetzt halt gerade hier bei diesem Gebiet Wo einem die Punkte erklärt werden Hier sind irgendwelche Rätsel mit Spiegelungen Die habe ich aber auch noch nicht verstanden Und wir haben noch relativ viel offen Was wir noch nicht gesehen haben Aber das ist im Prinzip die offene Welt Und ihr könnt halt sobald ihr das Tutorial geschafft habt Also ganz zum Anfang Da müsst ihr erstmal ein paar Rätsel machen Die euch die Grundmechaniken beibringen Und sobald ihr da raus seid Dürft ihr euch auf der Insel im Prinzip frei bewegen Bis ihr halt auf irgendwelche Türen oder sowas stößt Ähm Ja Und müsst dann halt gucken Wie ihr die Rätsel versteht oder nicht versteht Eieieieiei Was haben wir denn jetzt hier? Das ist doch im Prinzip Das deckt doch im Prinzip alles ab oder nicht? Da bin ich jetzt blöd Kann man doch irgendwie alles markieren? Ach nee Warte mal Es fehlt irgendwo eins oder? Da fehlt eins Ein Müssen wir eins offen lassen? Nee Wir müssen wahrscheinlich dann doch mehrere unterschiedliche Kacheln machen Ich probiere es mal kurz aus Einfach alles markieren Nee Weckern alle Okay Ähm Achso Aber da muss ja eins übrig bleiben Boah ist das schwer Alle am Rand Und den in der Mitte wahrscheinlich Oder? Aber wahrscheinlich meckern dann die in der Mitte Dass die mit keinem verbunden sind Kann das sein? Nee Also die hier 3, 6, 9, 12 Das geht aber eigentlich auch nicht Weil das hier sind ja Also hier das sind immer 3 Hast du die Mechanik schon mitbekommen, Nistavi? Mit dem Abziehen ja, ne? Diese Löcher hier jetzt quasi Also hier sind ja so Vierecke, sag ich mal Quadrate drin Und da sind ja dann eher Wie Kreise aussehen Aber die bedeuten im Prinzip eigentlich so Invertiert oder Subtraktion Und wir müssen die von den anderen abziehen Und theoretisch Immer wenn wir hier von einer Viererkachel 3 Punkte abziehen Dann bleibt ja theoretisch einer übrig Von daher müssten wir halt eigentlich Irgendwie immer 1, 1 Kästchen mehr markieren Weil dann wäre das hier Das wäre jetzt zufrieden damit Aber alle anderen sind halt auch irgendwie sauer Genau Genau also Die Symbole hier Die bedeuten ja im Prinzip Addition Das heißt Wenn wir hier so einen Viererkasten Mit einem anderen Viererkasten Theoretisch verbinden Dann können die zusammenaddiert werden Dann sind es 8 Und diese Kreise hier Die bedeuten Subtraktion Das heißt Wenn ich die beiden jetzt hier markiere Oben Dann ziehe ich einen von dem ab Und dann müsste ich eigentlich noch Ein Dreiersymbol darstellen Aber dadurch dass ich Wenn ich jetzt hier ein weiteres markiere Ich auch automatisch immer ein weiteres mit abziehe Ist das schon ein bisschen schwierig Aber was ich jetzt gerne mal versuchen wollen würde Ist Dass wir den hier mal irgendwie subtrahieren Falls das geht So das sind 6 Plus das hier sind eigentlich 10 Ne Quatsch 9 Das sind 13 8 Ich wollte jetzt eigentlich den in der Mitte Und den hier mal zusammenrechnen Irgendwie vielleicht 3, 6, 9 Plus 4 13 Aber haben wir überhaupt so viele von den Dingern hier? Wir gucken erstmal Wie viel sind das denn hier Wenn wir das jetzt so machen würden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okay dann wird der ja Schon mal hier reduziert Aber was ist mit denen? Ich check's nicht Also sind das 25 Punkte und 20 Minuspunkte Könnte man so sagen Ja Genau 25 Punkte und 20 Minus Das heißt wir dürfen eigentlich nur 5 darstellen Aber das hier wäre jetzt nicht einfach unsere Lösung gewesen Oder was ich vorhin gemacht hab Ne Ich check halt diese Diese Mechanik check ich noch nicht so ganz Aber was jetzt wo du es sagst machst Eigentlich auch ein bisschen sind Dass das hier auch irgendwie verbunden sein muss Weil hier geht's ja Dann kann man auch von dieser Landzunge hier Auf die Landzunge hier unten runterlaufen Das macht schon Sinn Also für die die das noch nicht kennen Wenn wir dieses Rätsel hier lösen Im Prinzip das Rätsel was wir hier oben gelöst haben Oder hier Das erkennt man immer in diesem weißen Kästchen Wenn wir das gelöst haben Dann fahren aus dem Wasser hier diese Plattform hoch Und dienen uns dann als Weg Damit wir dann jetzt von diesem Steg hier Zu diesem Steg darüber kommen Oder zum Beispiel von dieser Plattform Auf diese Plattform rüber kommen Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Ding Okay aber die hier blinken jetzt nicht mehr Das heißt das funktioniert dann schon Also prinzipiell geht das Es muss halt dann doch korrekt sein Das ist dann jetzt quasi hier Das hier ist wieder 0 Aber ich check's Krieg's auch gerade nicht zusammen Ja Weil das zieht sich vorher ab Also es sind halt 4 Minus 4 sind 0 Und deswegen steht jetzt hier quasi 0 Und deswegen funktioniert dann auch Das hier einfach Weil da einfach keine Regel steht Dann ist er damit okay Weil Die Rechnung aus diesen 5 Kacheln hier Die wir jetzt hier abgegrenzt haben Bedeutet halt einfach nichts Das heißt da gibt's keine Regel mehr Deswegen können wir mit denen jetzt auch da In dem Falle das so machen wie wir wollen Das funktioniert Die Frage ist jetzt nur warum das andere hier nicht mehr klappt So also wir haben gesagt 9 9 plus 8 17 3 6 9 12 15 Das heißt wir müssten eigentlich noch 2 mehr markieren Aber dann stimmen ja auch die anderen Regeln nicht mehr Hat gerade keine Ahnung wie das gehen soll 2 Reihen am Rand gehen auch Du meinst wenn wir jetzt hier alles markieren würden Außer die 2 am Rand Ja das würde gehen Dann dürfte jetzt hier rechts Dürfte nichts rot blinken Also das hier funktioniert auf jeden Fall auch Aber was wir halt nicht machen dürfen ist glaube ich Wir dürfen nicht diese Minus Symbole hier Die dürfen wir nicht einfach so stehen lassen Ohne Irgendwas was sie abziehen können Das macht's irgendwie gerade so schwierig Aber vielleicht müssen wir auch noch Doch erst woanders weiter Rätsel machen Bevor wir das hier schnallen Vielleicht lernen wir es noch irgendwo An einfacheren Rätseln wie das funktioniert Wobei die Regel an sich ja eigentlich klar ist Können wir denn hier irgendwie Neun Kästchen machen Ne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jetzt müssten wir aber eigentlich noch eins mehr haben Aber jetzt funktionieren dann halt die ganzen anderen Dinger nicht mehr Boah ist das schwer ey Ha? Oh oh Anki hat ne Lösung Wie viel haben wir denn jetzt hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 War trotzdem falsch Wo meinst du ich muss rückwärts laufen oder was Oh I see Alles klar Sören Vielen Dank trotzdem fürs reingucken Und ruhig gut aus Neun minus 4 gleich 5 Ah ok Ok das heißt wir können jetzt hier irgendwie zu dem rüber gehen Oder dann zu dem anderen rüber gehen Ah ok I see Ich glaube was wir dann eigentlich machen müssen Weil wir wollen ja da oben in das In den Tempel rein Dass wir uns dann hier einen Weg machen Den anderen Weg dann theoretisch rückwärts laufen Müssen wir halt nur wieder auf die andere Insel irgendwann zurückkommen Das ist die Frage Na hier Nein Hä bin ich jetzt im Raum drin Hoppala Nein wir haben das Kabel noch gar nicht aktiviert Shit Wir müssen erst das blaue Kabel noch aktivieren Ähm Wie bin ich jetzt rüber gekommen Ich bin wahrscheinlich erst rüber gelaufen Shit Verdammt Ja wir müssen erst da unten im Keller weitermachen Na gut Aber dann wissen wir zumindest schon mal was gleich Äh Worauf es zukommt Wir müssen erst hier weitermachen Und hier hätten wir wahrscheinlich das Rätsel auch Ein bisschen besser gelernt Video Haben wir quasi ein bisschen die Mel gemacht Und ein bisschen äh Schon ein Voraus gespielt Wir wollten die Rohre schon lösen Bevor wir uns die Rohre beigebracht wurden Problem ist dass wir den Quatsch jetzt nochmal lösen müssen So wenn wir jetzt von Von neun Drei abziehen Dann sind wir noch bei sechs Das heißt das ist wieder so ein Ding Was hat das Die Form kennen wir jetzt schon Ach du Scheiße Okay Ähm Da werden jetzt sieben abgezogen Drei plus neun Äh Was neun plus Das sind wieder die gleichen Symbole Nistavi Nur halt größer Also es sind halt mehrere Das hier war quasi das Symbol Für einen einzigen Punkt Und hier sind jetzt Sieben Punkte aneinander Geklatscht Also das ist quasi wie ein Invertierter Siebener Würfel Neuner Neuner Dreier Dreier Und nochmal ein invertierter Siebener Äh So das heißt Das hier ist ein Neuner Plus drei sind zwölf Minus sieben Sind fünf Das heißt so Dann das gleiche Auf der Seite Ach können wir ja eigentlich so machen Können wir auch markieren So War nicht so schwer Puh Okay Was haben wir hier Da haben wir Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn plus punkte Ne Doch Dreizehn plus punkte Und Hier Acht Acht Neun minus Acht Was hab ich gesagt Dreizehn minus Acht Ne Neun Dreizehn minus neun Vier Äh ja Das wird schwer Vier Ich denke mal Dieses Rätsel soll uns Auf das vorbereiten Was wir dann gerade Eben gelöst hatten Beziehungsweise was Anki Gerade gelöst hat Ähm Tja Okay Aber wir müssen es ja Nicht unbedingt so machen Oder müssen wir Das Problem ist Die dürfen ja nicht Alleine stehen Das hier würde gehen Das hier würde gehen Vielleicht das hier noch Wie viel sind das jetzt noch Fünf Alles klar Foxy Vielen Dank noch fürs Dabeibleiben Und dir auch eine Eine schöne Nacht Und Ja Komm gut ins Wochenende Schon mal Und dann vielleicht Bis zum Wochenende Ähm Was natürlich auch für alle gilt Die noch da sind Morgen Ich weiß nicht Wenn ihr Arn kennt Kennt ihr vielleicht auch Daddy Player One Oder sehr wahrscheinlich sogar Morgen Abend Nicht vergessen Ab 20 Uhr Gibt es ja von Daddy Player One Ein Special Event Mit Fall Guys Und Among Us Da ist unter anderem Bei Among Us Ist auch Anki the Monkey Die ihr hier im Chat seht Ist da auch mit dabei Und streamt das Wahrscheinlich auch Eventuell auch Und ich mach da auch mit Aber dann erst Ab Fall Guys Da sehen wir uns Da sehen wir uns dann Theoretisch auch wieder Wenn ihr wollt Oder hören uns Besser gesagt Da sehen wir uns Wahrscheinlich nicht Da hören wir uns Also falls ihr es noch nicht Mitbekommen habt Morgen Abend 20 Uhr Für ungefähr 2 Stunden Among Us Bei Daddy Player One Bei Anki Und noch bei ein paar Andere Von den Streamern Und Streamerinnen Die da mitmachen Tyrael ist da Auch dabei Zum Beispiel Und ab Circa 22 Uhr Wird dann Fall Guys gespielt Da bin ich dann auch Mit dabei Ich werde aber Wahrscheinlich Nicht streamen Ich könnte ja Theoretisch mit Anki Drüber reden Ob ich bei Anki Mit im Stream Seien darf Und Bei Fall Guys Darf die Community Dann später glaube ich Auch mitspielen Falls ihr da Bock drauf habt Wir haben gar keine Cola gekauft Oh shit Ja können wir Morgen noch machen Ähm Ich meine Vielleicht wäre das Warte mal Wir machen das mal Andersrum Vielleicht Das wären 6 Aber dann dürfte ich Ja nur noch 3 Kacheln haben Das geht ja auch nicht Ähm 3 6 9 So wenn die jetzt Markiert sind Dann ist ja Dann kommt da ja Am Ende eigentlich 0 raus Und dann müsste es Eigentlich so stimmen Weil dann wäre hier 9 9 abgezogene Punkte Mit einem 9er Kästchen Das heißt Da kommt 0 bei raus Und wenn da 0 steht Dann kann ich machen Was ich will Und die hier sind Zufrieden mit ihren 1er Slots Wir hätten es jetzt Natürlich Die schnellere Variante Wäre wahrscheinlich Gewesen Einfach so zu machen Okay Aber Rätsel ist gelöst Ähm Ich denke mal Da oben kommt auch Nix mehr Ne da ist dann nur noch Das Kabel Und dann können wir In den Tempel rein Was bedeutet das denn Warum sind hier Dann auch noch Weitere Kabel Oder ist das über uns Wahrscheinlich ist das Ne das ist über uns Okay Wir gucken jetzt mal Wir gucken jetzt mal Dass wir diesen Tempel Da abschließen Den will ich eigentlich Fertig haben Nein Jetzt habe ich das Rätsel nicht geändert Och Mann Aber gut dass es hier In dem Spiel auch Eine Sprinten Taste gibt Und dass man hier Nicht so Crass Motion Sickness Bekommt Und vielen lieben Dank Für den Follow Nistavi Herzlich willkommen Hier Jo Jetzt wird es Wahrscheinlich Jetzt kommen wir hier Ins große Punkte Finale Oder so Das ist hier Wahrscheinlich So das Das Endgame Dieser Rätselart Vermute ich mal Gehörst du denn auch Zu den Frühaufstehern Oder Frühaufsteherinnen Nistavi Für den Fall Dass du Also dann kannst du Natürlich leider Nicht live mitspielen Solltest du kein Nicht zu den Nicht zu den Frühaufstehern gehören Ähm Nachtdurchmacherin Ah ok Das heißt Die Wahrscheinlichkeit Dich an einem Samstag um 8 Uhr In einem Stream Zu treffen Ist eher Sehr gering Falls du möchtest Falls du dann Trotzdem was von dem Spiel mitbekommen willst Falls du es nicht Einfach dann auch Selber spielen möchtest Das ist natürlich Auch eine gute Option Das schaffst du Falls du nichts Verpassen willst Theoretisch Kannst du das hier Auch auf meinem YouTube Kanal Da werde ich das Dann alles hochladen Da kannst du das Auch nachholen Kannst du natürlich Auch hier auf Twitch nachholen Da werde ich dann Auch Highlights Von machen Als VOD Mal zur Info Ok Also Hier haben wir Wieder die Rätselart Dass wir Die Sachen Die in gestrichelten Kästchen drin sind Die kann ich nicht Markieren Das heißt ich kann nur Die Kästchen markieren Die dazwischen sind Jetzt müssen wir Hier mal zusammenrechnen Das sind 5 9 11 13 Wie viele Kästchen Sind das denn hier Wenn wir jetzt zum Beispiel Die hier markieren Achso das geht gar nicht 5 6 7 7 Ne Das ist Was Jetzt Zu viel Ja Kein Problem Wolltest dich nur Wissen lassen Falls du das irgendwie Nachholen möchtest Oder Weitersehen Wie es weiter geht Machst du natürlich nicht Aber es wirkt ja so Dass Dass dir das Spiel Eigentlich ganz gut gefällt Was habe ich jetzt gesagt 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Also das hier Wären allein schon 5 und 10 Müssen wir vielleicht nur 1 Miteinander kombinieren 5 6 7 Aber dann komme ich mit dem hier nicht zurecht Wir machen das irgendwie so Das wären jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Wird aber Wir müssen das hier auch Irgendwie miteinander kombinieren Aber das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus Ne Das hier sind jetzt 9 Das sind 3 Das sind 3 Plus 3 Plus 3 Die haben wir jetzt einfach hier zusammen addiert Und hier haben wir jeweils 2 2 Das passt So Was jetzt mein erster Instinkt ist, wäre irgendwie sowas hier zu machen. Dann haben wir hier in den Ecken schon mal immer Dreier fertig. Drei, sechs, neun, zwölf. Sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf. Jetzt ist der nicht verbunden. Die Mitte frei, ja, stimmt. Gut, Kitchen ist da, wie? Da warst du schneller als ich. Okay. Zweier und ein Sechser. Oh Gott, oh Gott. Wiellen wir das denn machen? Also, ich meine, wir müssen ja theoretisch nicht. Das Schreiben dauert zu lange, ja. Du bist auf jeden Fall im Nachteil und warst trotzdem noch schneller als ich. Also, hier werden wir auf jeden Fall irgendwie abgrenzen müssen, weil allein hier so ein Kreuz zu bauen, ist schon zu... Aber was wir natürlich irgendwie machen können, ist sowas vielleicht. Aber das allein triggert mich schon ein bisschen, dass wir das nicht so hinkriegen. Wir können die auf jeden Fall auch nicht verbinden, weil die immer nur Zweierreihen sind. Das ist, die Distanz ist so weit, dass wir die irgendwie zusammen addieren könnten. Das geht auf jeden Fall nicht. Bei solchen Spielen immer hilft, sind so Muster. Ja, aber sobald wir hier irgendwie was setzen. Ich glaube, wir müssen schon von der Mitte irgendwie ausgehen, sonst wird's, glaube ich, nix. Kann das sein? Wie sollen wir das denn machen? Das hier sind allein... Das sind schon fünf. Nochmal so wie eben, kriege ich das nochmal hin. Das ist, glaube ich, irgendwie so. Gott, wie habe ich denn das gemacht? Ja, kommt der nächste Raid rein, ich glaube es ja nicht. Also heute ist ja echt der Raid-Tag. Ich lasse jetzt hier mal... Obwohl, nee, wir machen wieder einen Shoutout. Wir gehen nochmal in die andere Szene zurück. Stimmt, jetzt habe ich mir vorhin für den Unraid gar keinen Marker gesetzt. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Wir spielen hier gerade Taiji. Das ist ein Rätselspiel. Und falls ihr The Witness kennt, dann kommt euch das vielleicht auch relativ bekannt vor. Nur aus der Vogelperspektive in einem Pixel-Look. Aber man könnte sagen, Taiji ist ein Pixel-The Witness, wenn man so möchte. Weil zu Rätselgames mögt The Witness auf jeden Fall ganz klare Empfehlungen. Und bei Taiji versuchen wir es gerade rauszufinden, ob das auch eine ebenso große Empfehlung ist. Und ja, und mein Fazit zu Heiko The Robot. Was hast du gesagt? Super cool, richtig schöner Look. Nur die Musik finde ich etwas unterwältigend, aber auch verglichen mit Hollow Knight. Und ja, würde ich auch sagen, ich würde vielleicht auch sagen, das zieht sich vielleicht durchs ganze Spiel ein bisschen. Heiko The Robot ist ein bisschen wahrscheinlich so wie, also Heiko The Robot zu Hollow Knight ist wahrscheinlich ein bisschen so wie Taiji zu The Witness. Sehr stark inspiriert. Nicht schlecht. Aber es kommt halt wahrscheinlich in allen Aspekten nicht an sein Vorbild ran. Also Heiko ist ein gutes Spiel, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen, macht man auch an sich nichts falsch mit. Aber es kommt halt auf gar keinen, es kommt nicht an Hollow Knight ran. Was ich ja am Anfang immer ein bisschen witzig fand. Weil Heiko The Robot kostet, glaube ich, sogar irgendwie zwei Euro mehr als Hollow Knight. Glaube ich, so im Dreh. Also es ist ein bisschen teurer als Hollow Knight. Was jetzt eigentlich nicht heißt, dass Heiko The Robot zu teuer ist. Das heißt eigentlich nur, dass Hollow Knight einfach viel zu günstig ist für das Value, was Hollow Knight hat. Und das, also die Qualität und die Spiellänge, die man mit dem Spiel hat. Hollow Knight hat sich einfach so krass unter Wert verkauft. Was für mich auch der Grund ist, und hallöchen Weg. Was für mich auch der Grund ist, dass ich für Silksong auf jeden Fall die Collectors Edition versuchen werde zu ergattern. Um, um irgendwie da wieder ein bisschen was zurückgeben zu können. Das ist halt einfach lächerlich. Das ist lächerlich, dass Hollow Knight 15 Euro kostet und so ein gutes Spiel ist. Also Anki und ich haben ja irgendwie, wie viele Stunden haben wir da reingesteckt? Weiß gar nicht. 70? 100? 120? Keine Ahnung. Aber viel zu günstig. Und ich, wahrscheinlich müsste man eigentlich sagen, dass Heiko The Robot einen, äh, ein gutes Value hat. Von, von, von Preis-Leistung-Verhältnis her. Eigentlich, aber halt Hollow Knight viel zu günstig ist. Und dadurch sieht Heiko schlecht aus. Die seltene Gelegenheit, mich mal live zu verwischen. Ja, weil du heute aussetzt wegen morgen, ne? Wahrscheinlich. Habe ich gerade auch schon ein bisschen Werbung für gemacht. Vic spielt es auch dabei, morgen Abend. Für alle, die jetzt neu dazugeradet sind, morgen Abend ab 20 Uhr gibt es eine Streamer- und Streamerin-Session Among Us für circa zwei Stunden. Da ist Anki dabei, Terrael ist dabei, äh, Vic spielt es dabei, Daddyplayer1 ist dabei und noch ganz viele andere, die ich gerade nicht aufzählen kann. Großstadt-Re ist dabei. Ähm, dann circa ab 22 Uhr geht es dann weiter mit Fall Guys. Auch erstmal in der Streamer-Runde wahrscheinlich. Da bin ich dann auch dabei. Ich mach erst bei Fall Guys mit. Und danach werden wir dann wahrscheinlich auch Fall Guys für die Community öffnen. Das heißt, bei Among Us dürft ihr leider nicht mitspielen, wenn ihr da zugucken wollt, morgen Abend 20 Uhr. Aber bei Fall Guys dann so ab 22, also wahrscheinlich so 22, 30, 23 Uhr oder sowas im Dreh. Könnt ihr da theoretisch mitmachen, wenn ihr möchtet. Anki wird es meines Wissens nach auf jeden Fall streamen, falls ihr da zugucken möchtet. Und ansonsten der, der Organisator des Events ist Daddyplayer1. Ja, falls ihr mal wieder Among Us spielen wollt. Ich weiß ja nicht. Wir haben bei uns im Discord, haben wir eine Among Us Rolle. Und Anki wird es ja auch eigentlich immer mal gerne spielen. Vielleicht für den Fall, dass ihr euch da irgendwie zusammentun wollt. Wäre das vielleicht eine Option. Genau, wir hatten letzten Monat, wir haben immer einmal im Monat, also wenn die Community das mit Kanalpunkten abschließt, haben wir einmal im Monat Communityabend. Und da haben wir letztes Mal, haben wir auch mal Among Us gespielt. Viel zu lange für meinen Geschmack. Das war dann so ein privater Discord-Runde. Nächster Communityabend ist übrigens in zwei Wochen, glaube ich. Ja, am 1. Oktober. Samstag, der 1. Oktober ist nächster Communityabend. Na gut, dann machen wir hier mal weiter. Also, für alle, die von Jay mitgekommen sind. Das hier ist Taiji. Es spielt sich wie The Witness. Wir sind gerade hier an einem relativ schweren Rätsel, würde ich sagen. Wenn ihr möchtet, dass ich euch die Regeln des Spiels erkläre, sagt bitte Bescheid. Dann mache ich das gerne. Na ansonsten würde ich mir das gerade sparen, weil ich es heute in dem Stream, weil ich jetzt schon zum dritten Mal geradet wurde, schon dreimal erklärt habe. Einmal zum Start des Streams und dann noch zweimal für die beiden Raids. Aber wenn ihr das möchtet und jemand gerade da ist und es verstehen möchte, was wir tun, dann erkläre ich das auch nochmal. Muss nur einer hier schreien. Immer diese Raids, aber echt. Da will man hier einfach nur in Ruhe hier Rätselspiele spielen. Dann wird man hier ständig geradet. Aber vielleicht kann ich ja beim Rätseln trotzdem kurz ein bisschen erklären, was hier passiert. Also, wir haben hier so eine Kachel und ich kann Kacheln anklicken. Und so aktivieren, dann werden die so hell und ich kann Kacheln nicht anklicken, dann bleiben die so dunkel. Die Kacheln, die in so einer gestrichelten Linie sind, kann ich nicht anklicken. Das heißt, dieser Bereich hier ist auf jeden Fall aktiv und alles was damit zu tun hat und das hier ist immer nicht aktiv. Und diese Punkte hier drin, die so an Würfelzahlen erinnern, die bedeuten, dass dieses Feld insgesamt mit fünf weiteren Feldern, also insgesamt sechs Felder verbunden sein möchte. Zum Beispiel. So. Oder warte mal, wir machen es noch eindeutiger, damit man auch das Symbol wieder erkennt. So. Jetzt sind hier sechs Kacheln markiert. Dann fühlt sich diese Kachel hier wohl. Weil sie noch fünf weitere Kacheln um sich rum hat und dadurch sich ein Sechser-Würfel ergibt. Das kann ich auch so machen. Da freut er sich auch. Kann auch so machen. Da freut er sich auch. Da hat es ihm wurscht. Hauptsache, der hat fünf Freunde. So. Das gleiche Prinzip bei denen hier, nur dass die nur zu zweit sein wollen und invertiert sind. Das heißt so zum Beispiel. Jetzt sind die jetzt zu zweit, beide nicht markiert. Dann ist der zufrieden. Okay. So weit, so gut. Jetzt ist halt die große Aufgabe des Rätsels, hier alle glücklich zu machen auf diesem Brett. Sowohl diesen Sechser-Würfel, der mit sechs weiteren Kacheln markiert sein möchte. Als auch diese vier Zweier-Dinger, die jeweils unter sich bleiben wollen. Vielleicht können wir die auch irgendwie so einkacheln. Das gefällt mir schon mal ganz gut hier. Ist das das schon? Sieht aus wie Optimus Prime oder so. Gerade. Gut. Also das ist die Lösung des Rätsels. Also eine von vielen. Das kann man natürlich jetzt hier, wie man möchte, drehen und andersrum pixeln. Aber wir haben mal eben die Lösung gefunden. Vielleicht sind diese Raits auch ganz gut zwischendrin. Hast du dir eben aufgemalt? Oh nein. Es tut mir leid. Ja, ich hatte gerade irgendwie den Gedanken, dass wir auf jeden Fall mit so Diagonalen arbeiten müssen. Damit wir nicht zu viele Symbole hier mit dem Sechser markieren. Und dann fand ich es noch ganz cool, dass das hier auch irgendwie schöner aussieht. Mit diesem Zweier, Zweier, Zweier. Und dadurch auch so ein Sechser-Block entsteht. Na ja. Gut, dann gehen wir mal in die obere Etage. Da wird es ja wahrscheinlich nochmal schwerer. Oh. Hier sind so ein paar lustige Lichter. Können wir mit denen auch was machen? Nee. Ist das quasi die Laser aus The Witness? Das sind wahrscheinlich hier diese Feuerdinger. Wir müssen wahrscheinlich hier die Leuchtfeuer entzünden. Oh shit, hier kommt jetzt wahrscheinlich die ultimative Tafel. Oh nein. Eine weitere Sache, die wir theoretisch noch im Auge behalten sollten, ist, dass wir nicht nur auf die offensichtlichen Sachen achten, sondern auch auf die versteckten, geheimen Dinge im Leben. Weil eventuell ist hier auch das ein oder andere Rätsel direkt vor unseren Augen versteckt. Aber ich sehe jetzt hier gerade keins. Aber wäre cool, wenn wir sowas auch nochmal finden. Okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich das finale Rätsel für diesen Bereich. It's the final... Was ist das denn? Achso, der ist einfach nur markiert, oder was? Das ist einfach eine markierte Kachel, oder wie? Die mir sagen soll, dass der hier nicht markiert sein darf. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah ja. Okay, I see what you did there. Ansonsten hätten wir nämlich die mal schön miteinander kombinieren können, aber die haben uns extra hier so einen, so einen Klotz reingehauen, dass wir das nicht machen können. Das passiert direkt vor unseren Augen, aber nicht hier. Okay. So, angenommen, Angenommen, wir würden jetzt hier alles weiß mal, dann müssten eigentlich die hier außen zufrieden sein. Genau, die blinken jetzt nicht. Also diese weißen Fünfer außen am Rand sind zufrieden mit dem, was wir hier gemacht haben. Aber die anderen sind nicht zufrieden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf. Ah. Wir müssen jetzt nur irgendwie... Wir müssen ja irgendwie den Vierer hier auch noch hinkriegen. Fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay, wir haben noch einen, immer noch einen zu viel. Aber dann ist das, reicht ja noch nicht. Wir müssen mit dem ja irgendwie noch vier machen. Ähm. Jetzt müssten eigentlich alle zufrieden sein, bis auf der in der Mitte? Ne. Wir haben aber immer noch einen zu viel. Habe ich vergessen, die mitzuzählen? Müssen wir das so machen wahrscheinlich, ne? Irgendwie. Hier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dann den noch weg? Ne, dann gehört der da mit zu. Shit. Den mit weg? Ne. So? Ne. Hä? Links und unterhalb vom blauen. Jetzt ist nur die Frage, wie viele habe ich jetzt schon kaputt gemacht von dem? Hattest du, bist du dir schon sicher mit der Lösung oder nur Gedanken? Also fünf. Gibt natürlich auch irgendwie Gedanken, okay. Also ich meine, das hier ist eigentlich nicht so schlecht, der Gedanke, weil... Oder wir müssen irgendwie abtrennen. Wir können natürlich auch sowas versuchen. So. Ne, das geht auch nicht. Ne, jetzt sind die ja wieder verbunden. Jetzt sind auf jeden Fall alle unzufrieden, bis auf der Grüne. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, also 13, 10, 11, 12. Hä? 4, 8, 12. Also zwei zu viel. Also zwei zu viel. Ja. Aber wenn ich jetzt hier einen verändere, dann sind doch die anderen wieder unzufrieden, oder nicht? Wahrscheinlich schon, ja. 4, 9, 10, 5, 6, die macht 9. Dann müssen wir die hier irgendwie voneinander... Oh! Ich hab ein Achievement bekommen mit dem Namen Shrine und einem Würfel mit 3 Punkten drin. Das hab ich jetzt selber nicht gecheckt. Was hab ich grad getan? Das war jetzt eigentlich mehr ein Glückstreffer gerade. 3, 6, 9, 12. Das funktioniert, der 4er funktioniert und hier funktioniert auch und den haben wir jetzt halt dazu bekommen. Okay. Ja, das war jetzt gefühlt irgendwie ein bisschen Glückstreffer. Aber ich, I take it. Vielleicht muss Nistavi einfach... Nistavi, kannst du nicht einfach ein bisschen früher schon anfangen zu malen, damit ich mit dem Rätsel schneller fertig bin? Wir haben aber unser erstes Feuer jetzt wahrscheinlich, ähm, entzündet. Wir haben unseren ersten Bereich vielleicht geschafft. Ja. Allerdings nähern wir uns ja auch langsam dem Ende des Streams. Obwohl ich grad gar keine Lust hab aufzuhören. Aber dann können wir uns jetzt mal zwei Sachen angucken gehen. Ähm, falls wir da einen Weg hin finden. Ja doch, müssen wir nicht schaffen. Ich hab immer noch ein bisschen Wegfindungsschwierigkeiten hier in dem Spiel. Aber irgendwo hier unten müsste dann hoffentlich... Ähm... Das Mittelding sein. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal so ne Fackel. Jetzt weiß ich aber auch ungefähr, was man hier in diesem Rätsel machen muss. Wo sind wir denn grad? Ja, okay. Also, hier unten ist jetzt das Mittelding. Und da leuchtet jetzt was. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum das hier unten leuchtet. Achso, das bedeutet jetzt eins von... Eins von x Dingern haben wir gemacht. Aber diese drei Punkte leuchten jetzt. Weil wir diesen Bereich haben wir jetzt abgeschlossen. Kann ich schon mal gut benutzen hier für ein Screenshot für Thumbnail. Das war die falsche Taste. So. Und dann kann ich euch noch eine Sache zeigen für Psils und theoretisch für alle anderen. Äh, ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass es auch manchmal Rätsel gibt, die... Äh, die man eigentlich vor dem Auge hat. Aber irgendwie auch nicht. Zum Beispiel, wenn ihr euch dieses Rätsel hier anguckt. Ich hab jetzt eins von neun, ja. Wir haben ein paar angefangen halt bisher, aber noch keins zu Ende gerätselt bisher. Das war jetzt das erste, was wir auch mal komplett von Anfang bis Ende durchgerätselt haben. Wenn man sich nämlich diese Lösung hier, dieses Puzzles anguckt... Dann kommt einem das vielleicht... Ziemlich identisch vor zu diesem... Zu diesem komischen Steingebilde hier im Gebirge drin. Oder wenn man sich diesen Block hier anguckt... Und dann mal auf den Rasen achtet, der hier... Drumherum wächst. Solche Sachen gibt es nämlich, äh, auch im Spiel. Und auf sowas sollten wir am besten auch achten. Damit wir nichts verpassen. Jetzt ist nur die Frage, ich würde aber glaube ich dann... Trotzdem erstmal weitermachen da unten in diesem... Dingens, wo wir... Dann abgebrochen haben. Alles klar Jay, ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielen Dank nochmal für den Raid. Und dann komm hoffentlich gut ins Wochenende. Falls du nicht gerade irgendwie... Nee, aber ich glaube du hast gerade keine Ferien. Ich habe irgendwie gelesen, du hast irgendeine... Aufwendige Klassenarbeit geschrieben oder so. Oder vorbereitet. Komm gut ins Wochenende. Sagen wir mal so. Ähm... Dann gehen wir jetzt nochmal da in dieses Bergwerk rein. Oder was auch immer das sein soll. Und gucken, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. Eine Woche noch Schule, dann sind schon wieder Herbstferien. Ah, okay. Unglaublich, wie sehr du die schon wieder brauchst. Kann ich mir vorstellen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder. Da dreht sie kaputt. Und bauen uns hier einen Weg. Und dann gehen wir zurück in... ... diesen Bergbau hier. Nach unten. Und machen weiter. Das Tavi möchte auch Ferien haben. Bist du auch Lehrerin, aber in einem anderen Bundesland tätig. So, hier ist auf jeden Fall auch noch irgendwas. Und hier ist irgendwas komisches mit Wasser. Das können wir auch schon lösen. Diese Art von Rätsel kennen wir schon. Ich fahre die Kinder zur Schule. Ah, okay. So, dann kriegen wir doch das hier bestimmt auch noch schnell hin. Die beiden sollen nicht markiert sein. Aber hey, das... Was ist jetzt... Ach so, okay. Vielleicht irgendwie so machen. Ja, die wollen ja auch nicht mit anderen markiert sein. Ob sie... Das heißt, das muss eigentlich so markiert werden. Und dann so. Ich habe vergessen... Shit. Ich habe vergessen, wo ich nochmal invertieren musste. Aber das hier muss ich alles invertieren, ne? So. Wait. What am I doing? Ah, okay. Ich verstehe. Ähm. Halt, stopp. Ne, ich verstehe doch nicht. Ne, ich verstehe doch nicht. Das heißt, hier muss auf jeden Fall auch noch einer hin. Das heißt, hier haben wir schon mal 5. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 9. So, der hier ist jetzt ausgegrenzt. Das muss auch so sein. Der ist ausgegrenzt. Das muss auch so sein. Was wir jetzt stattdessen noch machen könnten ist, statt dem hier... Ne, wir müssen den verbinden. Ne, das hier muss verbunden sein. Ähm. Pfff. Ähm. Können wir die irgendwie verbinden? Ne. Müssen wir es vielleicht so rum machen? Ne, kann auch nicht sein. Eigentlich nicht. Also oben rechts die Ecke bringt glaube ich nichts, weil dann sind das hier immer noch zu viele. Das ist einer zu viel. Und ich sehe gerade auch nicht, wo wir doch hier... Ah, wir können hier noch einen hin machen. Dann geht's wieder. Ja. Jetzt müsste es eigentlich... passen. Den hier noch. Ah. Ist das der... selbe Fahrstuhl von da? Ja. Jetzt haben wir den Fahrstuhl ganz unten. Was bringt uns das? Muss ich jetzt hier wieder dieses Rätsel machen? Alles klar Möpi. Gute Nacht. Schlaf gut. Komm gut ins Wochenende. Ah ja. Und bis morgen früh wahrscheinlich. Morgen früh 6 Uhr. Wenn nichts anderes angesagt. Morgen früh 6 Uhr. Äh. Bei Inside Moin gibt's das Epic Game der Woche. Äh. Aber Möpi spielt zuerst noch Spirit of the North zu Ende. Und danach gibt's wahrscheinlich... Ähm. Dieses eine Brettspieler. Gloomhaven. Falls irgendjemand morgen... Morgen früh. Schon wieder wach ist um 6 Uhr. Oder noch wach ist. Guck uns das Tavi an. Äh. Dann Inside Moin Kanal. Mal reingucken. So was... Was ist jetzt mit diesem komischen Fahrstuhl? Oder sind das hier die Etagen? Aber wenn wir das hier machen dann... Ach so. Jetzt traf ich den Fahrstuhl erst. Stimmt. Weil die addieren sich ja immer zusammen. Ah. I see. Jetzt können wir mit dem Fahrstuhl quasi in die erste, zweite und dritte Etage fahren. Habe ich bis jetzt gerade eben nicht geschnallt. Okay. Äh. Dritte Etage haben wir angefangen im Prinzip. Dann hätten wir ja doch vorhin wieder hochfahren können. So und jetzt sind wir wieder hier unten. Hier waren wir nämlich auch schon mal. Ihr seht anhand dieser weißen Platten hier. Dass wir die hier schon alle gelöst haben. Die hier auch. Und dann haben wir hier irgendwie... Weiß ich auch nicht warum. Ach so. Hier war ich dann und kam irgendwie nicht weiter und hab dann aufgehört. Ähm. Ja. Hier sind wir jetzt wieder bei dem Pärchen-Rätsel. Und das Pärchen-Rätsel bedeutete, es dürfen immer von einer Farbe immer nur zwei Stück miteinander verbunden sein. Aber mehrere Farben sind okay. Zum Beispiel. Das hier wäre okay. Zumindest für diesen linken Bereich. Da sind zwei gelbe drin, zwei weiße und zwei violette. Damit sind die zufrieden. Ähm. Ähm. Ja. Aber der Rest ist nicht zufrieden. Geht's all right. Aber eigentlich muss ich jetzt auch langsam Schluss machen. Außer ich überziehe. Könnten wir natürlich nutzen, dass wir jetzt einfach mal in dem Gebiet hier dann auch weitermachen. Warum sind hier so Ausrufezeichen mit so pinken und für kiesfarbenen Ausrufezeichen? Da unten auch nochmal. Da unten auch nochmal. Türkis-Gelb-Pink. Äh. Äh. Turkis-Gelb-Gelb. So. Farben kann ich. Und wir müssen wahrscheinlich alle drei gelben Kabel aktivieren. Dann können wir hier in die Hütte rein. Aber ich weiß, an diesem Rätsel standen wir schon mal. Dann hatte ich hier keinen Bock mehr. Weil ich's nicht hinbekommen hab. Also wir müssen auf jeden Fall hier müssen wir auf jeden Fall schon mal auftrennen. Weil hier dürfen nicht vier Weiße miteinander verkuppelt werden. Und es geht eigentlich auch nicht anders als die irgendwie so rauszunehmen. Das einzige was wir uns jetzt noch überlegen könnten wäre hier noch welche dazu zu nehmen. Die nicht weiß sind. Aber so richtig bringt uns das glaube ich auch nix. Wobei das hier könnten wir noch machen. Fehlt uns jetzt noch was? Ein Violetter fehlt uns noch. Oh, das ist es doch glaube ich. Nimm vielleicht das mittlere und das darüber liegende Weiß. Und verbinde die anderen. Ich mein hier bei dem Rätsel gibt's bestimmt auch mehrere Möglichkeiten. Ich versuch's nur grad nachzuvollziehen. Bei deiner Lösung hätte man dann die beiden genommen. Und hätte man hier außen rum gehen können bis da. Hätte dann aber... Ja... Wär wahrscheinlich schwierig geworden. Weiß ich grad nicht. Im ersten Blick würde ich sagen hätte das nicht geklappt. Weil dann oben... Hätte es dann Probleme gegeben. So, jetzt können wir hier rein. Hier sind so zwei verdächtige Holzstumpen. So, das war jetzt nicht so schwer. Äh, okay das ist... Achso. Ja das ist eigentlich auch nicht schwer, ne? Das wirkt immer auf den ersten Moment schwer. Dabei ist es das gar nicht. So. Speedrun. Was ist jetzt hier los? Warum geht's hier nicht weiter? Das wär jetzt aber wirklich Speedrun. Aber da gibt's doch noch viel... Ach hier geht's jetzt außen höher. Ah, okay. I see. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist doch auch nicht so schwer, oder? Das ist doch auch nicht so schwer, oder? Das ist doch auch nicht so schwer, oder? Oben eine Reihe, unten eine Reihe. Und dann in der Mitte haben wir dann aber... Achso. Die können wir noch abtrennen, stimmt. Nein. Was ist der Fehler? Achso, ne jetzt sind wir verbunden. Ne, das geht ja auch nicht. So. Ja. So geht's. Ei, ei, ei. Äh, können wir hier das gleiche machen? Ne. Okay, also wir müssen ja irgendwie so ein Zickzack-Gedöns hier machen. Wir markieren einfach erstmal ein bisschen was, um uns langsam ranzutasten. Ja, wir probieren einfach mal ein bisschen rum. Was denn, wenn wir sowas machen? Ne. Drei und drei. Und die drei. Drei. Hmm. Und, und. Die drei. Drei. Oh. Drei. Und. Drei. Drei. Und. Okay, eine Star, wie hat's? Ich hab's noch nicht. Ist egal, wie das zickzack sein soll? So, ne? Alles klar, Andi. Vielen Dank, wirst du gucken. Ich wünsch dir eine gute Nacht. Komm auch du gut durch den Freitag und ins Wochenende. Und dann vielleicht bis morgen Abend, bis morgen früh bei Möpi. Oder bis zum Wochenende oder bis wann auch immer. Machen sie's gut. Okay, nächste Etage. Schaffen wir diesen Turm hier heute noch? Oh, das ist schon die letzte Ebene. Letzte Höhe. Aber da werden die jetzt wahrscheinlich nochmal richtig schwer. Machen wir danach Schluss. Versuchen wir die zwei noch zu lösen hier. Dann haben wir das erste Kabel von dreien gelöst. Okay, was haben wir denn da? Wir haben einen weiß markierten blauen, der auf jeden Fall mit dem blauen hier unten verbunden werden muss. Na, Prost Mahlzeit. Wir müssen uns aber hier irgendwie einen Weg durchbahnen. Am besten durch zwei gelbe. Vielleicht sammeln wir die schwarzen auch noch mit ein. So, zum Beispiel. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass der weiße hier abgeschnitten ist. Das heißt, wir dürfen den weißen doch nicht nehmen und müssen den Weg gehen. Dann haben wir hier schon mal weißen. Ja, das ist es doch schon, ne? Das Rechteck mit gelb und schwarz dann die Seiten weißen verbinden. Die weißen Seiten verbinden. Die Seiten weißen. Aber gut, ich glaube, wir sind aufs gleiche drauf gekommen, ne? Das gilt für uns beide. So, letztes Rätsel für heute. Ähm, die sind beide weiß markiert, müssen also verbunden werden. Der Rest ist noch unentschlossen. Ne, die beiden und die beiden kann ich nicht markieren. Merk mal am Schreibstil, kein Problem. Ich finde, du machst das sehr gut. Dafür, dass du heute das erste Mal da bist und zum ersten Mal dieses Spiel siehst und mit diesen Rätseln konfrontiert bist, machst du das sehr, sehr gut. Das habe ich eher selten, dass eine Person jetzt gerade durch einen Raid oder so in so ein Spiel reingeworfen wird und da die Rätselmechaniken so checkt, dass die Person dann in der Lage ist, die dann auch lösen zu können. Meinst du Brain? Ich hoffe, nicht braun. Also mit braun meine ich die politische Gesinnung, äh, nicht die, nicht die Hautfarbe. So, ähm, Domi ist auch schon ein bisschen, ja, ist aber auch schon spät. Kann wer die Nachricht mit dem braunen löschen? Kann ich machen. Was machen wir denn damit? Achso, wir dürfen hier, nee, wenn wir hier durchgehen, dann müssen wir auch die blauen mitnehmen. Aber dann haben wir wiederum ein Problem, weil die hier nicht mit drin sind. Da können wir aber einfach hier außen rum gehen, dann sind die auch zufrieden. Und dann müssen wir hier auch außen rum gehen, dann sind die auch zufrieden. So. Geschafft. Das ist, das meinte ich vorhin oder auch in den letzten Streams, das ist der Vorteil an diesem Spiel. Bei The Witness hätte man jetzt immer von Anfang anfangen müssen und das Rätsel nochmal durchgehen, neu versuchen, sich ein bisschen den Weg merken. Und in dem Spiel kann man halt echt gut, dann macht man halt hier nochmal ein paar Kacheln weg, die man falsch gesetzt hat. Und bügt woanders welche hinzu und kann dann noch das Rätsel trotzdem noch relativ gut lösen. Zumindest bei diesen Display-Rätseln, bei den Rätseln, wo man dann auch den Pfad quasi korrekt laufen muss, da geht das dann nicht mehr. Aber selbst da kann man dann noch einzelne Kacheln rückgängig machen, das geht eigentlich noch. Ja gut. Dann war das auf jeden Fall Folge 3 von Taiji. Ähm, ich denke mal, dass wir dann nächstes Mal hier weitermachen, in diesem Gebiet, in Folge 4. Und dann wahrscheinlich mal hier mit diesem Dingen hin und her fahren. Und damit wir hier die anderen Rätsel hier unten, äh, also hier links und da unten noch machen können wahrscheinlich. Wann geht's weiter? Weiter geht's theoretisch, entweder am Samstag um 8 Uhr oder am Sonntag um 8 Uhr. Ich sag jetzt nur theoretisch, weil ich habe noch einen Key für ein Spiel reinbekommen, den würde ich eigentlich auch noch gerne am Wochenende machen. Es kann also sein, dass ich an einem der beiden Tage vielleicht zumindest eine Stunde oder so ein anderes Spiel spiele. Aber theoretisch geht's am Wochenende um 8 Uhr hier weiter. Äh, oder dann halt auf Twitch im VOD oder auf YouTube im VOD, falls du's verpassen solltest. Ähm, ich sag auf jeden Fall schon mal Tschüss YouTube und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Deswegen machen wir hier mal einen Schnitt und dann verabschiede ich noch meinen Twitch-Chat. Bye bye YouTube, bis zum nächsten Mal. Hoffe ihr hattet Spaß in Teil 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.